hallo freunde herzlich willkommen zu einem neuen video heute geht es um das so genannte marshall gambit und das entsteht aus dem triangel damen gambit system wir schauen mal d4 d5 c4 e6 springer c3 c6 dieses dieses dreieck hier nimmt man triangel system und hier kann weiß natürlich ganz viele sachen spielen er kann e2 e3 spielen er kann springer f3 spielen und so weiter abtauschen und 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 der zug e2 e4 hingegen führt zum sogenannten marshall gambit und die hauptzüge hier sind die annahme dieses gambits nach d schlecht e springer e4 laufer b4 schach und laufer d2 weiß könnte hier noch den springer dazwischen ziehen und quasi das gambit doch noch mal abwehren aber er möchte es ja spielen mit laufer d2 und dabei unterbricht er quasi die diagonale der dame zu diesem bauern und den kann schwarz hier schlagen und das ist die ausgangstellung unseres unseres gambits der weiße möchte hier diesen laufer schlagen er gibt gleichzeitig diesen springer dafür ab sogar mit schach und so weiter und er hofft dann irgendwann auf den auf den schwarzen feldern wenn er jetzt zum beispiel laufer hier schlägt und zieht weg nach dem abwehren des schachs so oder so grundsätzlich die idee für weiß besteht darin mit diesem laufer auf dieser diagonale zu arbeiten und dem könig hier im zentrum zu halten zum beispiel könnte die dame mal hier nach d6 schielen und dann gibt es ganz wilde taktische sachen und varianten und ja ob und für wen das überhaupt gut ist wir schauen uns das aus weißer sicht an das heißt aber jetzt in dem umblick noch nicht dass das zwingend für weiß gut sein muss deswegen der versuch einer objektiven bewertung dieses marshall gambits nach dame schlecht d4 und dazu gucken wir uns am besten immer erst mal zwei drei partien an um zu sehen was sind die einen die drohungen der einen seite was kann die andere seite vielleicht am besten dagegen machen wie hat sich diese variante im laufe der zeit entwickelt ja und dann schauen wir mal ob sie wie die beste variante für beide seiten gibt in dem sinne viel spaß schauen wir uns mal zunächst an was frank marshall himself 19.02 gegen gegen schlechter das war seine allererste partie mit dieser eröffnung zumindest laut meiner datenbank wie die partie so vorwärts ging so wir haben unsere ausgangstellung erreicht und schwarz weiß schlägt hier auf b4 und schwarz schlägt auf e4 mit schach soweit und weiß muss reagieren weiß hat das hier mit dem läufer gemacht wie gesagt es gibt auch mit dem springer kommen wir noch später zu die erste idee von läufer e2 ist rein grundsätzlich natürlich hängt dieser g2 bauer jetzt dass wenn schwarz hier auf g2 nimmt dass der läufer hier nach f3 geht die dame angreift und auch gleichzeitig den turm deckt und vor allem ein tempo gewinnt eben auf die dame und tempo und zeit sind so die faktoren die hier wichtig sind bei einem gambit spiel jetzt muss die dame schon wieder weg ziehen und dann würde weiß vielleicht hier versuchen seine ideen auf den schwarzen feldern umzusetzen und wir kennen das prinzip zeit gegen material hier in der partie hat schlechter springer d7 gespielt und dieses motiv kommt relativ häufig vor weiß entwickelt eine figur deckt damit den g2 bereitet die rochade vor und schwarz macht c5 und das meinte ich mit dem öfter vorkommen dass nämlich dieses c6 c5 diese diagonale hier blockt ob der springer dafür jetzt immer auf d7 oder besser auf a6 stehen könnte in der modernen zeit kommt der springer häufiger über a6 aber das kann auch nur eine modeerscheinung sein da schauen wir mal grundsätzlich aber unterstützt schwarz damit den vorstoß c5 und der läufer muss jetzt auf eine andere diagonale nämlich auf die c3 h8 diagonale und wenn wir jetzt mal schauen weiß hat so als gegenwert für für diesen einen minusbauern hat er hier im grunde das läuferpaar sprich die beiden läufer und ein entwicklungsvorsprung sprich nach springer gf6 da mit d6 sehen wir dass der könig nicht zur rochade kommt zumindest nicht so schnell und selbst wenn das irgendwann gleich gelingt dass diese figuren hier noch eingesperrt sind und ja das kostet dem schwarzen entsprechend viel zeit um das zu entknoten und das sehen wir dass in dieser partie das nicht so richtig geklappt hat so zunächst einmal d6 verhindert diese rochade so dass schwarz sich überlegt hat ich spiele die dame mal zurück nehme hier dieses potenzielle verdoppeln meiner bauern in kauf habe aber immerhin die dame abgewehrt und immerhin die bauern denken ja auch gewisse zentralfelder so ganz schlecht ist es vielleicht noch nicht und ich werde nicht matt gesetzt und alles weitere wird man immer noch gucken können das war wahrscheinlich der hintergedanke von von schwarz aber so als mensch hat man hier natürlich irgendwie das bedürfnis die dame auf dem brett zu halten und einfach da als als aktivitäts posten heißt es so aktiv posten heißt es glaube ich nicht genau jetzt hier einfach den g7 und auch generell die dame auf dem brett halten um taktisches möglich zu machen schwarz rauchiert und weiß spielt turm d1 und jetzt sehen wir dass obwohl schwarz scheinbar seine entwicklung halbwegs beendet hat mal von diesen beiden hier abgesehen schon tauchen die ersten kleinen drohungen auf und zwar wenn weiß am zug wäre könnte er jetzt hier mit dem turm auf d7 diesen springer schlagen ich mache mir ja einen schlechten zug dann demonstrieren wir das und egal wie auch immer der schwarze jetzt den turm zurückschlagen würde mit läufer oder mit da dann wäre der springer auf f6 angegriffen und gar nicht mehr verteidigt vom laufer c3 angegriffen der g bauer ist gefesselt wegen der dame gegen den könig und dann hätte weiß bereits ein materialvorteil von zwei figuren gegen turm plus natürlich massiven angriff das schwarz muss jetzt hier g6 spielen und dann könnte der angriff hier über die schwarzen felder hier erfolgen und das wird schon brutal schwer um das abzuwehren so und nach turm d7 wenn der springer selber schlüge wäre natürlich sofort diese ganze diagonale aufgegangen und weiß kann in einem zug matt setzen also nach turm d1 droht bereits die erste kleinigkeit und schwarz sah sich gezwungen den springer nach h5 zu spielen was die dame angreift und den bauern gedeckt hält und weiß spielt dame h4 greift den springer an und jetzt machte schwarz eine eine ungenauigkeit nämlich g7 g6 zu spielen natürlich dieser bauer deckt den springer das ist gut aber öffnet natürlich hier tür und tor für diesen läufer ja der feiert gerade weihnachten hier das ist super gefährlich und das konnte marshall hier direkt wieder ausnutzen indem er zack turm schlägt d7 wir sehen dass dieser springer hier so ein paar schwarze felder noch verteidigt also wie der entfernt und dann mit g2 g4 die nächste figur die hier f6 verteidigt und wenn dieser springer jetzt als beispiel hier hingehen würde dann könnte dame f6 folgen und wir sehen diese batterie hier ist natürlich schon sehr sehr unangenehm da matt auf g7 und auf h8 droht und nur noch das ein oder andere schach jetzt hier zu geben ist aber das abwehren dieser matt drohung ja eigentlich nicht mehr möglich ist so deswegen nach g4 hat schwarz hier gar keine chance er muss er muss also versuchen die dame hier irgendwie zu tauschen das versucht er mit d8 und jetzt hat er das problem dass weiß gar nicht mal zwingend auf matts spielen muss sondern er kann einfach jetzt auf h5 schlagen und nach dem damentausch sehen wir grundsätzlich hat weiß zwei figuren gegen den turm hat dazu noch das läuferpaar und ja einfach viel viel mehr möglichkeiten für seine figuren und die partie dauert jetzt gar nicht mehr so lange auch wenn jetzt nicht nicht jeder zug perfekt gespielt war von weiß oder schwarz aber wir haben schon mal gesehen dass nach sehr kurzer zeit diese taktischen drohungen auftauchen können und dass ein marschall auch hier jetzt diese diese stellung gewinnt möchte ich mal im schnellverfahren ein bisschen zeigen schwarz versucht mit aller gewalt hier sich entwickeln zu können in welcher form auch immer mit dem läufer frei zu machen aber weiß greift geballt diesen bauern an und jetzt kam f7 f6 um den bauern zu decken was leider den g6 auch noch einstellte ja und jetzt ist im grunde ähm schon vorbei die partie dauert jetzt nicht mehr nicht mehr wirklich lange schwarz versucht ein gegenangriff aber ähm wir sehen dass die figuren natürlich monster mäßig aktiv sind hier überall ähm den f6 ja der c5 hängt und so weiter und so fort also ist schon schon echt schwierig hier zu verteidigen jetzt nach turm f6 äh nach turm f3 hängt der f6 und äh der e bauer ist jetzt auch wieder gefesselt und ja hier geht bereits quasi der nächste bauer verloren und nach f5 laufer schlägt e5 ist und bleibt dieser einfach gefesselt und nach turm h4 springer d6 hat schwarz dann auch aufgegeben ja wir sehen also der erste erfolg war schon mal da durch dame auf dem brett halten und und vieles taktisches verwirren konnte hier schon mal ein der erste sieg eingefahren werden in unserer zweiten partie von zwei spielern die mir nicht bekannt sind ähm möchte ich euch einfach nach laufer b4 laufer e2 den zug springer a6 mal zeigen und hier kommt ein zug und ein motiv jetzt aufs brett der uns in diesen varianten allgemein sehr sehr häufig begegnen könnte der zumindest immer im raum liegt diese drohung nämlich dieser etwas überraschende zug laufer f8 zunächst sehen wir mal der springer greift ja den springer äh den laufer hier an würde der sich jetzt hier einfach nur nach a3 zurückziehen könnte schwarz mit c5 wirklich den hier wieder ausblocken ähm würde der laufer nach d6 gehen käme die dame eben nicht mehr nach d6 wäre auch ja nicht ganz optimal aber dieses nach f8 gehen hat eben den vorteil dass jetzt zum einen der psychologische schock natürlich ja oh hier der könig könnte ja den laufer schlagen aber der könig kann den laufer eben nicht schlagen das ist schon mal sehr offensichtlich weil dann dame d8 schachmatt kommt so ähm und gleichzeitig dieser laufer hier aber auch den g7 angreift was dann den h8 hier bedroht das heißt wenn schwarz hier überhaupt nicht vorbereitet ist kann hier schon mal so eine gewisse schocksituation auftreten und jetzt sind hier im grunde zwei züge haben sich so rausgestellt für schwarz zum einen springer g8 e7 der kommt dann in der in der nächsten partie oder dame e5 so wie in dieser partie was ja auch den den e5 hier nochmal versucht zu decken aber ähm ja da hat sich herausgestellt dame e5 ist einfach nicht ganz so wirklich gut denn weiß spielt zunächst mal dame d2 was den b2 hier überdeckt ähm nicht dass schwarz hier noch auf b2 schlagen kann und von b2 aus den g7 ja immer nochmal deckt schwarz spielt laufer d7 was grundsätzlich gut ist denn jetzt ist die grundlinie hier die grundreihe gedeckt und der f8 hängt wirklich und weiß zieht erstmal springer f3 und holt sie noch ein tempo und das ist eben so einer der nachteile von dieser dame e5 wir wissen ja tempo zeit ist meistens doch wichtiger als material in solchen stellungen die dame geht zurück nach f6 in dem fall und der laufer der jetzt hängt geht oder muss nach d6 zurück und jetzt sehen wir natürlich ähm zum einen droht jetzt der laufer auch von der anderen seite jetzt hier mal auf g7 und so weiter zu drücken zum anderen wirkt der laufer natürlich aber auch hier auf den schwarzen feldern und hier immer noch dass der könig und der schwarze allgemein sich auf den schwarzen feldern ja nur ganz ganz schwierig wehren können und jetzt ist der nächste zug von schwarzen schwarze langer rochade auch schon ein naja psychologisches problem in anführungsstrichen denn er könnte springer e7 spielen natürlich um dann eventuell doch nochmal die Kurzrochhade anzustreben aber das ist so diese Angst davor hier auf den weißen Feldern mit der Kurzrochhade da immer ständig in Gefahren reinzulaufen und deswegen machte Schwarz hier die Langrochhade nach dem Motto dann Baurig auf der kurzen Seite nichts mehr zu befürchten aber damit kommt er vom Regen in die Traufe in dem Fall denn der nächste weiße Zug ist bärenstark C4, C5 zementiert nicht nur diesen Läufer hier der jetzt auch noch in der Nähe vom König wirkt sondern befreit jetzt auch noch diese Diagonale so dass der Läufer den Springer zu schlagen droht und damit die Königstellung zersplittert und der König dann offen wie ein Scheunentor steht und Schwarz hatte hier versucht auf C5 mit einem Trick darauf hatte er sich verlassen diesen Bauern zu entfernen so und ja einfach nach dem Motto der Bauer ist weg und vielleicht kann ich ja hier Abzüge machen dass hier die Dame angegriffen wird das Problem ist dass Weiß jetzt diesen sehr sehr starken Zug Dame A5 hat dass er sich hier überhaupt nicht auf irgendwelche taktischen irgendwelche Unklarheiten hier beseitigen einlassen muss in dem Sinne sondern dass er einfach auf A5 nehmen kann andersrum er muss nicht nehmen sondern er kann Dame A5 spielen was zum einen hier auf C7 ein Matt droht und jetzt aber auch gleichzeitig hier den C5 auch noch hängen lässt und da hatte der Schwarze vor Schreck aufgegeben ja nicht nur vor Schreck sondern auch so berechtigt denn das Matt auf C7 ist ja kaum abzuwehren dann schlage ich B7 B6 vor kann ich Dame A7 schlagen und jetzt sehen wir dass Läufer A6 zum Beispiel mit Mattdrohungen hier existieren ich kann Dame A8 ich kann Dame B8 ich kann Dame C7 drohen und da kommt der König hier einfach nicht mehr raus und deswegen hatte der Schwarze dann hier auch direkt auf ihn das war jetzt eine Miniatur Partie keine Frage aber soll zeigen dass natürlich auf den schwarzen Feldern hier erstmal durchaus Gefahr droht die man mit Schwarz ernst nehmen muss und das haben die Schwarzen dann so im Laufe der Zeit auch gelernt und sich verbessert dazu schauen wir uns mal die nächste Partie an so dann die nächste Partie wurde gespielt von Adler gegen Grana Soniga ein recht bekannter Großmeister 2600 die Partie wurde 1995 gespielt wo 2600 schon noch was besonderes waren wir waren hier an der Stelle mit Läufer F8 angekommen was Läufer G7 droht und Schwarz spielte hier Springer E7 und gibt diesem Bauern auf G7 quasi ab erreicht dafür mit Turm G8 aber eine offene Linie und ja der Turm greift ja auch noch den Läufer hier an der geht nach F6 das sieht ja noch relativ natürlich aus auf den schwarzen Feldern bleibend hier in irgendeiner Form versuchen noch irgendwas zu erreichen Schwarz ist aber hartnäckig und greift wieder den Läufer an und der Läufer tauscht sich hier gegen den gegen den Springer ab damit der König hier wirklich so im Zentrum bleibt und jetzt hofft weiß dass er in irgendeiner Form ja den König in der Mitte noch jagen kann aber und das wird sich so leider Gottes so ein kleines bisschen als Trugschluss erweisen denn wir sehen dass der Weiße hier mit dem Springer G1 jedoch durchaus selber noch nicht die Entwicklung abgeschlossen hat und auch durchaus Probleme bekommt diese abzuschließen denn der G2 hängt ja jetzt hier auch noch weil die Dame den Läufer fesselt sodass der gar nicht nach F3 gehen könnte und hier in der Partie versuchte Weiß damit D2 zu spielen um eine Verdopplung auf der auf der D-Linie anzustreben Schwarz aber nimmt gar nicht hier auf G2 sondern er setzt die andere Prioritäten nämlich dass dieser Läufer hier mal frei kommt und damit der Turm hier ins Spiel eingreifen kann und die Grundlinie vor feindlichen Angriffen schützen kann und damit hätte Schwarz dann die Entwicklung abgeschlossen und das ist durchaus viel wert denn Weiß hat sie eben noch nicht abgeschlossen Weiß spielte hier Turm D1 wir schauen mal was passiert wenn ich versuche mit der langen Rochade das gleiche Ziel zu erreichen nämlich hier diese Verdopplung und hier ein Schach zu drohen dann sehen wir dass der Weiße König nicht aus dem Zentrum raus ist sondern quasi mitten in die Gefahr hinein rochiert hat dass jetzt hier einfach das Matt droht und Weiß im Grunde nicht viel besseres hat als mit Läufer D3 das abzuwehren das Problem ist jetzt führt dieser Generalabtausch am Ende dazu dass dieser Bauer G2 fällt und jetzt sehen wir dass Schwarz nicht nur einen Mehrbauern hat sondern dass der F2 jetzt auch noch hängt der Springer hier immer noch nicht entwickelt ist der Turm nicht frei ist während der nächste Turm jetzt hier schon in irgendeiner Form eingreifen kann der Springer hier zentral das ein oder andere Tempi vielleicht noch gewinnen kann und ja der Computer sagt das ist hier schon fast eine Gewinnstellung soweit würde ich aufgrund meiner mangelnden Technik aber nicht gehen aber ich denke dass der schwarze Vorteil doch hier unbestreitbar ist und deswegen hatte der Weiße eben nicht Langroch hier sondern nur Turm D1 gespielt aber es folgt der Läufer E6 was den Turm frei macht das Feld hier deckt und ja jetzt gibt es im Grunde das Problem dass dieser Bauer hier immer noch hängt und weiß spielt F2 F3 so was mit Tempo ist was die Dame angreift die Dame geht nach F4 und möchte hier grundsätzlich eine Dame tauscht denn dann wäre der König hier wieder auf einmal sehr sicher die Dame hat leider hier auf B4 zum Beispiel keine Schachmöglichkeiten wenn die Dame auf dem Brett bleiben soll wäre hier D6 das Feld der Wahl und nach König E8 G2 zum Beispiel G3 dann Dame E3 und jetzt sehen wir einfach ein kleines Problem dass dieser Springer hier es einfach nicht schafft sich zu entwickeln das Feld ist blockiert hier kann er erst gar nicht hin und dadurch spielt einfach der Turm auch nicht mit der König ist mitten im Zentrum der Läufer ist angefesselt während bei Schwarz im Grunde alle Figuren mitspielen bis auf diesen Turm aber der hat immerhin noch eine Funktion es droht Läufer C4 oder wenn Weiß mit Turm D3 ankommt dass Dame C1 die ganzen Bauern abgreifen könnte und so weiter und so fort und neben dem Materialvorteil hätte Schwarz dann immer noch Entwicklungsvorsprung und der König von Weiß stünde auch überhaupt nicht sicher und ja das wäre natürlich super für Schwarz und ja deswegen hatte sich Weiß hier dazu entschlossen mit G2 G4 den Bauern zu retten und die G-Linie geschlossen zu halten aber wir sehen das hat auch nur so mittelprächtig gut geklappt denn nach dem Damentausch folgt der Zug H7 H5 und jetzt ist klar wer die Initiative übernimmt hier nämlich nämlich Schwarz und Schwarz droht jetzt hier dreimal auf G4 diesen Bauern zu schlagen und wenn ich jetzt mit H2 H3 als Beispiel diesen Bauern nur decken wollte würde der nächste Turm eingreifen ja diese Fesslung dann droht hier auf G4 schon wieder und ich kriege einfach jetzt dadurch dass ich H2 H3 gespielt habe den Springer nicht mehr raus und das sieht doch hier sehr traurig aus insgesamt und da hätte Schwarz auf jeden Fall schon mal die die Initiative andererseits nach G schlecht H5 kam Turm F6 und wir sehen dass natürlich dieser dieser Mehrbauer jetzt auch hier nicht wirklich viel wert ist der wird jederzeit kann der hier gleich abgeholt werden und ja wir sehen einfach die Koordination der weißen Figuren ist einfach ist einfach schlecht und da kam der weiß Spieler jetzt hier immerhin auch 2400 kam einfach nicht mehr raus wir schauen uns mal den Rest der Partie an H4 Turm H8 Springer H3 deswegen H4 damit der Springer überhaupt mal ein Feld hat aber der wird einfach weggenommen und jetzt sehen wir einfach dass der Springer hier der kann manövrieren und hoppeln und tun und machen wie er will während der Läufer hier doch ziemlich bedröppelt in der Gegend rumsteht und das war nicht zu halten für den Weißen auch wenn Weißig sicherlich hätte besser verteidigen können aber wir sehen einfach dass ja der Weiße zu viele Schwächen hat und schwarz nur sehr wenige und die sind auch noch kaum angreifbar respektive einfach zu decken und ja jetzt fallen hier mehr oder weniger nacheinander alle Bauern und nach Springer D3 hat der Weißer dann aufgegeben für unsere 1 auf unserer Klasse sicherlich etwas früh aber auf Großmeisterniveau sicherlich völlig völlig berechtigt ja ihr seht das war wohl der richtige Plan gegen dieses Läufer F8 mit Springer E7 sie auf nichts einzulassen sondern sich einfach zu entwickeln und den G-Turm selber zu aktivieren und ein Gegenspiel auf der G-Linie aufzuziehen so schauen wir mal ob Weiß dagegen wieder was anfiel so als nächstes folgen wir mal einer Partie zweier 2300er oder fast 2400er Spieler und Weiß kam mit der Idee Läufer A5 um die Ecke das entfernt den Läufer von einem Angriff und möchte gleichzeitig selber hier versuchen mit der Dame einfach ein Schachmatt zu nehmen das geht natürlich grundsätzlich möchte weiß versuchen den Schwarzen zu einem Zug wie B7 B6 zu provozieren was natürlich erstmal gut aussieht die Diagonale wird unterbrochen die muss ich jetzt in Gelb machen gleichzeitig ist der Läufer wieder angegriffen und wieder ein Tempoverlust aber und das ist dann so die Idee dass man mit Dame D6 hier kommt und den jetzt weich gewordenen C6 unter Beschuss nimmt so nach dem Motto wenn du jetzt hier auf A5 schlägst kann ich dann deine Dame noch vertreiben und hier von von C6 ablenken und wenn die jetzt hier weg geht kann ich auf C6 mit Schach deinen Turm gewinnen noch ist noch nicht ganz zu Ende aber letzten Endes steht der Schwarze König doch hier doch deutlich schlechter insgesamt deswegen versuchte Schwarz hier in der Partie erstmal mit Läufer D7 das das Mat auf D8 abzuwehren was auch gut aussieht weiß spielt Springer F3 was den eigenen G2 deckt und nach Springer F6 kam jetzt trotzdem wieder Dame D6 denn die Idee ist nach wie vor dieselbe nämlich den Schwarzen König an der Rauchade hindern und ja während der Weiße ja potenziell zumindest mal irgendwann in Sicherheit kommen kann und das ist so dieser kleine Unterschied und das ist so dieser Bauer den man gibt um Zeit zu gewinnen auf den schwarzen Feldern wieder jetzt hat Schwarz doch B7 B6 gespielt um den Läufer zu vertreiben und der Läufer geht nach C3 hier steht er wie eben schon in einigen Varianten angedeutet natürlich auch sehr sehr aktiv auf dieser Diagonale und Schwarz versuchte jetzt die lange Rohrade und ja jetzt beginnen quasi die taktischen Komplikationen einerseits steht die Dame hier sehr gut weil er hier in Nähe vom König ist andererseits steht sie natürlich auch hier in der Abzugslinie des Turmes und damit in Gefahr und dann geht es halt immer darum wer kann jetzt zuerst Drohungen aufbauen und Initiative übernehmen und in dieser Partie hat Weiß Springer E5 probiert was ja hier sehr zentral sehr viele Drohungen aufstellt ja besonders auch den F7 mit dieser Gabel zum Beispiel und auf dieses Ding den G2 indirekt mit Läufer F3 auch wieder quasi deckend und dann wäre der C6 natürlich schon ganz schwer unter Beschuss hier in der Partie hat Schwarz jetzt versucht mit Läufer E8 sowohl den hier den F7 zu decken als auch einen Abzug gegen die Dame zu machen und die Dame ging weg nach A3 und jetzt sehen wir wieder einen weiteren Nachteil von diesem Zug B7 B6 nämlich dass der A6 jetzt ungedeckt steht und das kostet ein Tempo einfach und der Schwarze sah sie hier genötigt den Springer nach B8 zurückzuziehen und Weiß schlägt furchtlos auf A7 und jetzt sehen wir einfach wieder Grundsätzlich hat Schwarz keine konkreten wirklichen Drohungen gegen den Weißen König während der der steht recht sicher während der Schwarze doch eher unsicher steht der B6 gleich weg dann ist kein Bauernschutz mehr vor dem König da die Türme sind nicht koordiniert das sieht sehr sehr gefährlich aus Springer H5 versucht einen kleinen Trick mit Springer F4 und hier einen Gegenangriff mit Mat zu kreieren aber Weiß geht einfach nach F1 was zum einen den G2 deckt einfach und zum zweiten auch jetzt aus dieser Fesselung raus geht und nach F7 F6 kam ein sehr sehr starker Zug nämlich C4 C5 und ja jetzt ist klar dass dieser Läufer jetzt hier geöffnet wird und mitspielen soll und jetzt sehen wir natürlich dass hier konkret es um den schwarzen König geht schauen wir mal ob wir den auch erlegen können schwarz muss mehr oder weniger dieses Springer Opfer annehmen und hoffen dass er es überlebt aber weiß spielt zunächst zunächst mal den ruhigen Zug Turm E1 und jetzt droht ein Abzugschach auf A6 sodass schwarz ein kleines Problem hat nämlich nach dem Abzugschach er hat jetzt hier Läufer G6 gespielt aber so rein grundsätzlich die Türme sind nicht verbunden nach diesem Abzugschach der König kann gar nicht ziehen um das Abzugschach zu verhindern und würde die Dame jetzt als Beispiel wegziehen könnte ich auch mit dem Läufer hier auf E5 schlagen was jetzt hier noch zusätzlich Drohungen kreiert auf den schwarzen Feldern wieder und Läufer A6 ist hier auch noch nicht aus der Welt und das würde der Schwarze also auch nicht überleben und deswegen hatte Schwarz hier überlegt ich versuche mal die Dame zu geben und so viel Material dafür einzusammeln wie es geht denn ich habe ja bereits einen Springer auf E5 und bekomme jetzt noch einen Läufer oder einen Turm wie auch immer mal schauen ob das reicht aber weiß schlägt hier auf E5 nimmt einen weiteren Bauern vom Brett und droht jetzt hier auf C7 respektive auf B8 weiteres Unheil so muss Schwarz diesen Läufer auch noch nehmen und jetzt kommt eben diese Schach der Schwarze schlägt den Springer und weiß kann es sich sogar leisten hier erst nochmal zurück zu schlagen weil es mit Schach ist und der König kommt mehr oder weniger nicht so richtig weg und das gibt weiß die Gelegenheit hier auch noch erst alle Bauern einzusammeln aber jetzt muss ich dann doch nochmal auf E5 nehmen damit auf diese Schach auf C6 nicht die Dame schlagen und so dafür hängt jetzt unser Turm hier auf H1 und jetzt sehen wir natürlich eine spannende Konstellation dass zwei Türme gegen die Dame und zwei Figuren gegen den Turm so rein grundsätzlich materiell jeweils gut für Schwarz sind aber die Aktivität der Figuren ist natürlich hier um Längen besser für Weiß sodass der C6 auch noch fällt und Weiß hat jede Menge Bauern aber auch eben den schlechtstehenden König und das ist natürlich nicht zu halten für den Schwarzen der hier nach Dame B6 Schach aufgegeben hat denn wenn zum Beispiel König A8 käme würde C4 C5 C6 mit der Idee Turm A5 und Schach und Matt das würde Schwarz langfristig nicht mehr abwehren können nur noch kurzfristig mit Opfer ja also wir sehen es ging hin und her Weiß hatte sich jeweils mit Läufer A5 wieder was Neues einfallen lassen und ja schauen wir mal ob Schwarz dagegen was gefunden hat schauen wir uns als nächstes ein Beispiel an nach Läufer A5 wo Schwarz auf den Zug F7 F6 kam denn damit möchte Schwarz seinem König hier ein Fluchtfeld schaffen und ermöglichen und nach diesem Dame der 8 Schacht geht der König eben nach F7 so und jetzt sehen wir natürlich dass der König hier so ein bisschen rumrennt andererseits ist der weiße König natürlich auch noch nicht in Sicherheit in dem Sinne und grundsätzlich gibt es hier mehrere Pläne diese lange Rochade für weiß ist mit so der Hauptzug den Turm hier ins Spiel bringen den König so ein bisschen aus dieser Festlung hier raus nehmen den Läufer mal wieder mobil machen in welcher Form auch immer das ist so die Hauptvariante aber die ist nicht ganz risikolos denn nach E6 E5 möchte jetzt dieser Läufer nach F5 gehen und damit würden Läufer und Dame hier auf dieser Batterie auf dieser Diagonale einen Matt gegen den König drohen und nebenbei sozusagen hier noch der Turm die Dame angreifen das ist hier die ganz ganz harte Drohung und weiß wer diese meistens ab mit Läufer D3 jetzt wo der Läufer wieder ziehen kann sichert er quasi diese Diagonale ab dieser Läufer die Dame geht mit Tempo weg und König B1 wir schauen mal es gibt auch eine Partie da hat Schwarz hier genommen das kommt im Grunde auf ähnliche Stellungsbilder hinaus denn weiß entwickelt natürlich dann den Springer um den Turm zu retten und wird danach mit Turm G1 weiteres Tempi gewinnen das ist so ähnlich wie in der Partie also nach Dame F4 König B1 Springer C5 versucht diesen Randspringer hier mal ins Spielgeschehen einzubinden hier ein Tempo zu gewinnen er hat aber auch einen kleinen Nachteil dieser Zug denn so passiv dieser Springer auch da stehen mag er wehrt immerhin dieses Feld ab sprich die Dame hat hier keinen Schach und durch den Läufer hat die Dame hier auch keinen Schach und ja hier sowieso nicht also die Dame steht natürlich sehr gefährlich da hat aber naja eigentlich auch keine wirklichen Drohungen sehr spannend mit Springer C5 versucht schwarze Figuren zu aktivieren weiß entwickelt sich jetzt auch weiter und ist sich bewusst dass er hier durchaus die Bauern alle abgeben kann will muss wie auch immer aber er muss einfach schnellstmöglich seine Figuren ins Spiel einbringen und ja jetzt sehen wir halt jetzt ist der Bauer auch weg weiß gibt einen Schach auf der siebten Reihe schwarz entwickelt sich und jetzt kommt ein ganz typisches Motiv für diese Variante nämlich dass Weiß Turm geeinspielt und die Idee ist mit diesem Turm auf der Gehlinie zu operieren und hier diesen Bauern zu schlagen sprich den Turm zu opfern um den König von E7 abzulenken damit die Dame hier schlagen kann dann würde zur Not der hier auch noch hängen und der König wäre natürlich bei geöffneten Linien der nächste Turm kann hier bei kommen der Läufer kann hier in irgendeiner Form mal teilnehmen der Läufer steht ja sowieso schon sehr aktiv also das dann ist Tür und Tor geöffnet das ist so die Hoffnung und die Idee immer für Weiß und hier hat Schwarz jetzt erkannt dass dieses Opfer auf G7 gefährlich ist und hat seine Dame gegeben um Einzugzeit zu gewinnen den Zugspringer E6 zu spielen was die Dame auch wieder angreift und den G7 gedeckt hält diesdestotrotz die ganze Dame abzugeben ist natürlich schon also im Grunde einen ganzen Turm abzugeben für drei Bauern keine Frage aber das ist schon schon grenzwertig und in der Partie konnte Weiß das auch ausnutzen indem er mit Dame D6 und vielleicht hatte Schwarz übersehen vielleicht wollte er Turm D8 spielen mit Angriff hier auf den D3 aber das ist der Läufer dafür steht er eben einfach sehr gut hier in dieser Partie und das geht einfach nicht und dann kam B6 der Läufer geht nach B4 zurück und jetzt ist eben dass Schwarz keine Zeit mehr hat für Turm D8 um diesen hier anzugreifen denn jetzt würde der E7 fallen C5 Läufer E4 Zwischenzug wieder ein guter Zug rettet den Läufer der ja hier in Gefahr stand quasi indem er den Turm angreift und nach Läufer B7 es wurde einfach sehr sehr taktisch wir sehen hier die Partie von einem 2600er da ist natürlich mein taktisches Verständnis auch so ein bisschen begrenzt keine Frage und wir schauen mal die Partie weil es könnte hier wahrscheinlich auch auf B7 nehmen und dann müsste er sich hier dieses Tempo gefallen lassen dass die Dame jetzt wegziehen müsste aber problematischerweise wohin dieses Feld hier ist verwehrt dieses Feld ist verwehrt und dann wäre die Dame weg das könnte der Grund sein warum Läufer schlägt B7 nicht geht und deswegen kam Läufer D5 was einfach wieder nach Turm Angriff quasi dieses Feld den Druck gegen den E6 als Tempo quasi rettet und deswegen schlägt Schwarz hier auf D5 aber Weiß schlägt zurück und hat wieder dieses Tempo auf den E6 der versucht wegzuziehen und jetzt sehen wir dieses Feld ist gedeckt die Türme sind einsatzbereit um die Dame hier vielleicht zu jagen der Läufer hängt ja auch noch also ihr seht es ist einfach super super kompliziert und Weiß hat die pragmatische Lösung gewählt nämlich dass er hier auf G5 diese um das Feld E6 freizukämpfen Weiß muss auf G5 schlagen jetzt kommt das Schach und wir sehen jetzt kommt der König hier nirgendwo raus er muss auch den Springer gedeckt halten und nach König F8 sind einfach die Türme nicht verbunden die sind nicht aktiv und haben von daher überhaupt keine Wirkung und Weiß kann durch die Initiative ja den Vorteil nach Hause bringen D5 D6 greift hier nicht nur den Springer an sondern dieser Bauer selber ist auch ein Kandidat hier um durchzuwandeln der Springer muss wegziehen und nach Läufer D2 was Läufer G5 droht und damit das Umwandlungsfeld D7 D8 unterstützt und kontrolliert Schwarz kann eben nicht H7 H6 spielen weil der G6 dann fallen würde und ja auch Auswandzug wie Springer F4 bringt natürlich hier nichts mehr denn der kann einfach nur weggetauscht werden und nach Schach muss der König in die Ecke und Schwarz bekommt die Türme hier nicht mehr verbunden um die Grundlinie zu schützen respektive die Freibauer und zu stammen ja und nach Läufer D2 kam nochmal Turm E8 aber nach dem Schach muss der König ins Eck wonach D6 D7 und der Bauer ist dann gedeckt von der Dame und dann kommt Läufer G5 und der Bauer geht einfach durch und Schwarz gab auf das war sicherlich eine hochkomplizierte Partie aber sie vermittelt einen sehr guten Eindruck was hier in dieser Öffnung alles an Taktik passieren kann ja dass diese Öffnung einfach von Haus aus sehr sehr taktisch ist und dazu habe ich hier nochmal eine Variante vorbereitet nach König F7 wenn Weiß gar nicht die lange Rochade anstrebt weil der König hier vielleicht auf C1 ja auch gefährlich steht dass Weiß stattdessen Springer F3 spielen möchte einfach die Entwicklung vorantreiben den Bauern G2 denken aber jetzt folgt eine Sequenz quasi die relativ forciert ist und die nicht gut für Weiß endet B7 B6 greift zunächst einmal den Läufer an der zieht sich zurück und Läufer B7 entwickelt eine Figur deckt damit auch gleichzeitig den Turm der die Dame angreift aber jetzt sagt ihr Moment ich kann doch hier auf D7 einen Schach geben und neben dem Schach auch noch den Läufer gewinnen Schwarz entwickelt sich und hat jetzt das Problem oder vielmehr hat Weiß jetzt das Problem jetzt hat Schwarz die Initiative er gibt eine Figur temporär zumindest und hat jetzt sofort die Initiative gegen den König der Läufer ist gefesselt und die Dame hat sehr sehr wenig Felder hier immer nur Dame C7 einziges Feld und Turm HC8 greift wieder die Dame an und die hat wieder nur ein Feld Dame G3 worauf Springer F5 kommt langsam eng für die Dame die Dame könnte jetzt noch zum Beispiel nach H3 gehen aber dann würde Springer D3 Schach folgen und aufgrund dieser Fesselung hier kann der König nicht nach F1 und wegen Springer F2 der Gabel und nach König F1 folgt Springer F4 mit Doppelangriff auf die Dame und den Läufer und die Dame hat hier kein Schach wegen dem Springer und dann würde Weiß so oder so immer die Figur verlieren hier könnte Weiß jetzt noch mit Springer E5 die Figur zurückgeben und dann den E2 wieder decken und am Ende des Tages hat Schwarz seine Figur zurückgewonnen und sogar einen Bauern mehr auch wenn es ein Doppelbauer ist aber eben vor allem die aktivere Stellung dass die weißen Türme jetzt hier nicht verbunden sind und besonders der H1 und das ist einfach dann zumindest angenehm zu spielen für Schwarz und ja diese Eindrücke diese Varianten diese Taktiken sollen mal ein Bild davon generieren was bei diesem Gambit mit E2 E4 hier so dann aufs Brett kommen wird letzten Endes relativ forciert und auch wenn jetzt hier auch noch nicht alle Varianten besprochen wurden aber so als Indiz dafür wo es lang geht denke ich sind wir gut verseucht ich hoffe euch hat es gefallen lasst mir einen Daumen da dann danke ich euch und wir sehen uns im nächsten Video wieder Tschüss